Es ist immer schwierig, wenn man auf den Berg geht und oben übernachtet, was nimmt man zum Essen mit, weil zum einen sollte es sehr leicht sein, zum anderen sollte es sehr nahrhaft sein und Energie bringen und trotzdem sollte man auch geniessen können. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.